Da ist der Lenny Kravitz! Der Lenny Kravitz! Der Lenny Kravitz! Oh, wherever you need me, I'll be there... I've seen ya cry, into the night... I feel your pain. Can I make it right? I realized there's no end in sight. Yet still I wait for you to see the light. I'm the one who really loves you, baby. I can't take it anymore. As long as I'm living, I'll be waiting as long as I'm breathing. I'll be there whenever you call me. I'll be waiting whenever you need me. I'll be there. You are the only one I've ever known. It makes me feel this way for you. I'm my own. I want to be with you until I own. You got the love you need right in front of you. Please come home. I'll be waiting. As long as I'm breathing. I'll be waiting. As long as I'm breathing. I'll be there whenever you call me. I'll be waiting whenever you need me. I'll be there. I'm the one who really loves you, baby. 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 I'm the one who really loves you. I'm the one who like to say to you, baby. I'm the one who 마음에 me, baby. I'm the one who really loves you, baby Oh, I need credit I'm glad to meet you, hey, that was incredible, this sounded great, this was half of a jam session at the end, you never heard it like that, you're really playing with your heart I try, I try, I try And you succeed Thank you, thank you for having us Yeah, thanks to have you here, now I can ask you all the questions when I read the papers, I'm always asking myself, is this true? Is this for example true, that when you are recording, you do all the instruments at your own, spielt er wirklich alle Instrumente selber, wann er eine Platte nimmt? On most of the songs, on many of the songs, yes Yes, I, uh But how many instruments are you playing? 16, 17? You know, whatever, whatever it takes, whatever it takes But where did you learn all that? You know, growing up, I had instruments in the house and in school and, you know, friends would have different instruments and I always was interested to learn to play different instruments Also, er wollte immer ganz viele Instrumente lehren, ist interessiert gewesen als Kind und hat dann das alles gemacht Yeah, I had no idea that later I was going to use that to make my records Aha, also er hat das aus Freude gemacht, hat nicht gedacht, dass er das kann brauchen But yeah, I love music That's great, but your favorite is a guitar? They're all my favorites Okay, also er hatte eigentlich alle Instrumente Geld Yeah, yeah, you can have another little applause in between Yeah And I also heard, you have a studio next to your bedroom And when you dream about a good musical idea, you jump off of a bed, you go to the studio, not to lose it You know, it's nice when you dream music Es kommt zu dir, es ist inspiriert und es ist einfach sehr pure. Ich versuche mein Bestes, diese Songs, die mir in diese Weise kommen. Also, Mangel träumte von der guten Melodie, die sie sofort festhalten hat. Schreibst du es oder machst du nur eine kleine Rekordung? Nein, ich versuche es. Und hat es auch zu dir passiert, dass du eine wundervolle Melodie hattest? Und in der Zeit, als du in deinem Studio warst, war es schon weg? Ja, manchmal, die Sache ist, ich sollte organisiert sein und ich sollte alle meine Geräte haben, und Pans und Papier und Dinge, die man auf recorden kann, aber manchmal kommt etwas lang und ich habe nichts. Und wenn es etwas wäre, wäre es gut, wäre es zurück. Okay. Wenn nicht, dann kann es jemand anderes haben. Das ist gut. Also, er ist nicht immer so vorbereitet, jetzt habe ich eine Idee und so. Und manchmal hat er gar nichts bei sich und dann geht die Melodie weg, aber wenn sie gut ist, kommt sie wieder. Und du hattest viele sehr gute Träume, und du hattest sehr gute Rekordungen. Und wir lieben dich alle. Danke, dass du deine Show mit uns haben, Leni Kravitz. Danke. 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 Danke.